Dieter Fischer, geboren am 31. März 1971 in Freising, ist ein bekannter deutscher Theater- und Fernsehschauspieler. Er ist weithin bekannt für seine Rollen in erfolgreichen Filmen und Fernsehsendungen, insbesondere für seine Rolle in der Fernsehserie The Rosenheim Cops. Doch hinter dem Bild eines erfolgreichen und beliebten Schauspielers auf der Leinwand wissen nur wenige, dass sein aktuelles Leben mit schweren finanziellen Krisen konfrontiert ist. Wie viele andere suchte auch Dieter Fischer nach Investitionsmöglichkeiten, um sein Einkommen zu steigern und sich eine stabile finanzielle Zukunft zu sichern. Vor kurzem beschloss er, den Schritt an die Börse zu wagen, mit dem Wunsch, mit seinen Investitionen große Gewinne zu erzielen. Doch anstatt die erwarteten Ergebnisse zu erzielen, geriet er in unvorhergesehene Marktschwankungen und erlitt schwere Verluste. Der unerwartete Rückgang der Aktien, in die er investierte, brachte seine persönlichen Finanzen in eine Krise. Die Schwierigkeiten begannen, als der Aktienmarkt instabil war, insbesondere nach globalen Wirtschaftsereignissen, die bei vielen, auch erfahrenen Anlegern schwere Verluste verursachten. Für Dieter war es das erste Mal, dass er sich auf ein Gebiet vorwagte, in dem er noch nicht viel Erfahrung hatte. Subjektivität und das Vertrauen auf unzuverlässige Finanzberatung haben zu falschen Anlageentscheidungen geführt. Anstatt sich auf stabilere und sicherere Anlagen zu konzentrieren, investierte er Kapital in risikoreiche Aktien und verlor dadurch große Verluste. Finanzielle Verluste durch Aktieninvestitionen beeinträchtigten sein Leben erheblich. Es endet nicht nur damit, dass viel Geld verloren geht, sondern diese Finanzkrise bringt auch eine Reihe weiterer Konsequenzen mit sich. Er war mit Schulden aus gescheiterten Investitionen konfrontiert, die seinen Alltag auf den Kopf stellten. Als Künstler, der recht komfortabel und stabil lebt, muss sich Dieter nun darum kümmern, seine Ausgaben auszugleichen und Wege zur Überwindung finanzieller Schwierigkeiten zu finden. Die Finanzkrise verursachte nicht nur körperlichen Druck, sondern hatte auch schwere Auswirkungen auf seinen Geist. Dieter Fischer, immer voller Energie und Optimismus, sieht sich mittlerweile täglich mit Ängsten und Stress konfrontiert. Gedanken über die ungewisse Zukunft und darüber, wie er seine finanzielle Situation wiederherstellen könnte, führten dazu, dass er Lebensfreude und Motivation verlor. Angesichts dieser Situation fühlte er sich elend, was seine Stimmung und seine geistige Gesundheit stark beeinträchtigte. Vor kurzem musste Dieter Hilfe von Finanzexperten in Anspruch nehmen, um einen Weg zur Lösung der Probleme zu finden, mit denen er konfrontiert ist. Um seine Schulden zu begleichen, musste er einige persönliche Vermögenswerte verkaufen. Doch dies war nur eine vorübergehende Lösung. Mit Entschlossenheit und der Hoffnung, dass sich die Marktlage bald stabilisiert, setzt Dieter alles daran, nach seinem Scheitern wieder aufzustehen und sein Leben wiederherzustellen. Dieser Prozess ist jedoch nicht einfach und erfordert Geduld und eine sorgfältigere Finanzplanung. Neben finanziellen Schwierigkeiten musste sich Dieter Fischer auch der Neugier und dem Urteil der Öffentlichkeit stellen. Als berühmter Schauspieler ist sein Privatleben stets von Interesse und Aufmerksamkeit für die Öffentlichkeit. Als sich die Nachricht von seinen finanziellen Schwierigkeiten verbreitete, kamen viele widersprüchliche Meinungen zum Vorschein. Einige Leute haben Verständnis für seine Situation und sagen, dass Investitionsversagen keine Seltenheit sei und niemand Marktschwankungen vorhersagen könne. Allerdings gibt es auch Kritiker, dass er leichtsinnig zu viel Geld in einen Bereich steckt, in dem er keine Erfahrung hat. Auch wenn er eine schwierige Zeit durchmacht, setzt Dieter Fischer seine schauspielerische Arbeit fort. Er glaubt, dass es ihm hilft, negative Gedanken zu überwinden und sich auf die Lösung von Problemen zu konzentrieren, wenn er sich mit der Arbeit beschäftigt. Die Schauspielerei ist nicht nur seine Leidenschaft, sondern derzeit auch seine Haupteinnahmequelle. Deshalb versucht Dieter trotz des großen Drucks aus seinem Privatleben stets, seine Rolle auf der Bühne und auf der Leinwand zu erfüllen. Allerdings lässt sich nicht leugnen, dass die Finanzkrise tiefe Wunden in seinem Herzen hinterlassen hat. Er teilte mit, dass dies eine wertvolle Lektion in seinem Leben sei und dass er aus diesem Misserfolg viel gelernt habe. Dieter Fischer erholt sich derzeit allmählich von den Verlusten und versucht, einen Ausgleich im Leben zu finden. Er hofft auch, dass er mit seiner Geschichte andere vor der Notwendigkeit warnen kann, bei Investitionsentscheidungen vorsichtiger zu sein, insbesondere wenn nicht genügend Erfahrung und Wissen vorhanden sind. Dieter Fischer hat eine farbenfrohe, aber auch herausfordernde künstlerische Reise hinter sich. Er ist für viele beeindruckende Rollen bekannt, von humorvollen Charakteren bis hin zu ernsten Rollen. Es gibt jedoch ein Sprichwort, das er oft erwähnt. Traumrollen werden oft zu Albtraumrollen. Dieses Zitat spiegelt nicht nur sein künstlerisches Leben wider, sondern gibt auch Einblick in die Schwierigkeiten, Konfrontieren, mit denen Schauspieler konfrontiert sind. Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017